Naja, keine tolle, aber ne Lampe. So. Toller Schalter. Uhu, da funktioniert noch was. Was mach ich jetzt? Was war da jetzt? Vielleicht hab ich das einen Millimeter irgendwie beiseite geschoben und kann dort unten jetzt wieder weiter. Wär doch ne Variante, oder? Da unten ist es wieder kalt. So. Und? Ja, hier kann ich jetzt mal durch. Ich denke mal, das hab ich jetzt gerade aufgemacht. Ja, es ist kalt, ich hab's schon verstanden. Ich renne ja extra. Ne, hier lang nicht. Hier lang auch nicht. Kacke. Hier runter? Ne. Das war schlecht. Man merkt schon prinzipiell, warum ich immer Quick-Sales mache, oder? Also, ich hoff doch mal einfach dort rechts, ja. Hoch werd ich aber nicht sollen. Nicht, oder? Ich hab mir erst mal noch hier alles andere. Etwas mehr. Soll ich hier vielleicht doch durch? Wir aus dem Weg hauen vielleicht? Ne, hauen. Ne. Mit meiner tollen Knarre hier. Ne, mit der war ich nicht. Boom. Juuu. Äh, ich bin schon wieder tot, ne? So. Und, kipp schon um. Boom. Vielleicht soll ich wirklich... Ne, ich kann da doch nicht hoch, oder? Die jetzt hier so als Brücke verwenden, so ein bisschen... Ne, da werd ich das gar runter geblasen vom Witz. Hier runter vielleicht. Ne, scheiße, da bin ich ja eben erst hochgekommen. Da bin ich ja eben erst hoch. Weiß ich gerade im Moment nicht so genau, was das Spiel gerade will. Außer, dass ich jetzt wieder mal mit tanken gehe. Weil ich sonst schon direkt drückt bin. Ja, gib her. Ja, noch die Ausdauer. So, ich schaue es mir mal wieder hier an. Vielleicht sehe ich dann ja was Besseres. Also irgendwas mit dem ganzen Scheißbereich hier. Wahrscheinlich nicht da durch jetzt irgendwie. Ich weiß es nicht. Ich kann wieder drücken. Ach so. Was soll da? Ach so. Es drückt dagegen, es drückt dagegen, es hört auf. Soll ich vielleicht schnell dort runter rennen? Soll das die Möglichkeit sein? Vielleicht auf den Schalter drücken und dann ganz schnell dorthin rennen, damit ich vielleicht noch durchquetschen kann. Das drückt. Das drückt. Und es hat schon wieder aufgehört, ist schon wieder vorbei. Nee, dann drückt es hier auf. Die Kacke liegt im Weg. Ich müsste die Scheiße hier wegräumen irgendwie. Dann kann... Wie kann ich den Schalter... Ach, da liegt noch einer drin. Ach so ist das. Ah, jetzt ja eine Insel. Ich gehe wieder Wärme aufladen. Dann muss ich den Eingang in den Hubschrauber finden. Dann muss ich den Pilot nachspielen, dass er nicht irgendwie hier abstürzt und stirbt. Dann liegt das Scheißding nicht im Weg und dann kann ich mit dem Knopf oben die Tür aufmachen. Dann komme ich dort weiter. So funktioniert die Kacke also. Okay. Ja, das habe ich nicht gesehen, dass da drin einer liegt. Das ist mir entgangen. Okay. Also nochmal. Hier speichern. Jetzt schauen wir mal, wo geht es dort rein. Hier hinten. Ja, das sieht gut aus. Topf. So, Kamerad, was ist dir schiefgegangen? Zeig her. Ach so, äh, ne? Das war's, starten. Nein. Du fliegst jetzt in die Wand da, oder? Nicht zu nah an die Plattform. Achtung, die Trossen. Springen, springen. Halten Sie sie fern von den Trossen. Der Turm wird einstürzen. Okay, ich springe. Hopp. So. Ach, soll ich jetzt den Topf drücken hier, oder wie? Ne, ich schaue es mir erst mal an. Hopp. Hopp. Bumm. Haha. Oder soll ich den irgendwie wegkriegen? Hallo? Da ist er doch. Ach ja, klar. Mich hat es halt abgesetzt, wo ich als eher hingegangen bin. Ja, ist klar. Okay. Was kann ich jetzt tun, um das zu verhindern? Gute Frage, oder? Ja, ich springe. Ich weiß Bescheid. Das war's. Starten. Ja, ja. Lass mich raus. Lass mich raus. Oh, ich will abspringen. Nicht zu nah an die Plattform. Achtung, die Trossen. Soll ich den vielleicht abballern? Wäre das die Möglichkeit? Ich meine, dann derer weg. Springen, springen. Ich will doch die Leute retten. Das kann's ja wohl irgendwo auch nicht. Ich schau mal, ob ich da reinkomme, den Knopf hier. Okay. Hau ab. Ey, Mann, hau ab. Bumm. Super. So wieder verkackt. Wie mache ich das? Nächste Frage. Warum muss ich das immer wieder hören? Das war's. Starten. Aufpassen. Das war glas. Hä? Ich hab einfach mal geballert. Das war's. Starten. Okay. Bumm. Hehehe. Wollte ich auch mal versuchen. Das war's. Starten. Nicht zu nah an die Plattform. Achtung, die Trossen. Springen, springen. Halten Sie sie fern von den Trossen. Der Turm wird einstürzen. Halten Sie sie. Also. Ach so. Die Mixer. Hauen die. Ah. Es ergibt Sinn. Es ergibt prinzipiell Sinn. Wer mehr ist auf ihn ballern, kann ich auch nicht. War's das? Fertig? Nee, da ist noch einer. Hallo. Wart mal nach. Oh, ich hab keine Moon mehr. Das war's schon. Ja. Hat's gereicht? Nein. Meine Wahl war schlecht. Meine Wahl war schlecht. Weil jetzt weiß ich, was er von mir will. Jetzt hab ich's verstanden. Das war's. Starten. Nicht zu nah an die Plattform. Achtung, die Trossen. Ja, lass mich raus. Springen, springen. Halten Sie sie fern von den Trossen. Der Turm wird einstürzen. So. Oh, hau ab. Einfach ein bisschen erschreckt. Es wird so viel Munition vorbei. Ich muss ihn nicht töten. Ich muss nur dafür sagen, dass der andere weg kann. Hat er Angst genug? Ja, er hat Angst genug. Jetzt hier. Jetzt da. War's das oder noch mal? Ja, hau ab. Hau ab. Na, klasse. Hat doch geklappt. Jetzt geh ich aber schnell... Äh, schon in Richtung Tür. Dass ich nicht erfriere sofort. Äh, ah ne. Ich bin mit reichlich Wärme hat's mich aufgesetzt. Nur, wo ist die Tür? Äh, hier ist sie. Sehr schön. Sehr schön. Wir haben mal was Tolles geschafft. Gut. Wenn Sie den Knopf drücken, dann geht die Tür auf, oder? Speicher mal. Jetzt geh auf. Seelam, öffne dich. Nee, ja. Herrlich. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. So. Gehen wir da rein und... Schauen, was dort alles ist. Aua, kalt. Aha. Schalter zum Drücken. Ja? Ja, das war wenig sinnvoll, glaube ich, oder? Kann ich da auch mal? Ja, kann ich. Kann ich tatsächlich. Gleich bestimmt wie der Gegner, oder? Ja. Und ich hab's gerade frisch angekündigt, ne? Oh. Das ist okay. Mano a mano. Er war besser.